Hi Freunde, was klappt? Ich hoffe, euch geht's allen gut und erstmal euch allen a happy, happy new year. Ich hoffe, ihr seid alle richtig schön und gut in das neue Jahr gestartet. Aber Freunde, in diesem Video, wie ihr wahrscheinlich im Titel erkennen könnt, geht es noch ums letzte Jahr. Und zwar um all die Bücher, die ich im Jahr 2023 gelesen habe. Und das laut Goodreads, laut meinem Goodreads und laut meinen Eintragungen, ich weiß aber halt echt nicht, ob ich mich darauf so ganz verlassen kann, sind es 138 Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe. Ich weiß nicht, so rückblickend ist es für mich irgendwie so unglaublich surreal, weil ich habe in sehr vielen Monaten letztes Jahr einfach 12 bis 18 Bücher gelesen. Und das ist immer, ich weiß nicht, ich komme einfach nicht drauf klar, weil das einfach so eine hohe Zahl ist und vor allem sind das in sehr vielen Monaten einfach unglaublich dicke Bücher gewesen. Und ich glaube, laut Goodreads waren es einfach 43,6 tausend Seiten. Leute, 43 tausend Seiten. Echt, echt, wow. Bevor wir doch gleich anfangen, gibt es eine unglaublich wichtige Sache, die ich noch erwähnen möchte, weil das nämlich ein sehr stark und sehr oft debattiertes Thema auf TikTok und Instagram ist. Und zwar geht es wirklich immer um Book Wrap-Ups und wie viel man liest und damit auch den Druck, den man sich selber gibt, zu lesen, weil es ja Leute gibt da draußen, die so viel lesen, heißt, ich muss auch so viel lesen. Leute, nein. Leute, nein. Bitte macht euch niemals Druck, was das Lesen angeht. Nur weil ihr jetzt XY so, so viel liest in der Woche, im Monat, im Jahr, whatever, heißt es nicht direkt, dass ihr das auch müsst oder sollt, um halt ein Bookie zu sein. Es ist komplett egal, ob ihr jetzt ein Buch in der Woche, ein Buch am Tag, ein Buch in der Woche, ein Buch im Monat, ein Buch im halben Jahr oder im ganzen Jahr lest. Ihr seid trotzdem alle Bookies und ihr könnt trotzdem alle unglaublich stolz auf euch sein, auf wirklich jedes Buch und vor allem auf jede Seite, die ihr gelesen habt. Weil das ist wirklich, jedes Buch ist ein Erfolg, jede Seite ist ein Erfolg und bitte lesen soll immer Spaß machen, okay? Und es gibt vor allem langsame und schnelle Leser, okay? Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die man immer, immer, immer beachten muss, wenn man so Book Wrap-Ups, ob es jetzt monatliche, wöchentliche oder Jahreswrap-Ups sind. Ist komplett egal. Beachtet bitte immer, dass es Leute gibt, die schnell lesen und die langsam lesen. Das heißt, es wird immer diese Teilungen geben zwischen Menschen, die halt 100 oder 150 Bücher im Jahr lesen und Leute, die halt 10 bis 50 Bücher im Jahr lesen. Das ist alles komplett okay und das ist human, okay? Okay, bitte macht euch niemals Stress und bitte auch niemals Druck, weil ihr ja so und so viele Bücher lesen müsst. Müsst ihr nicht. Lest in eurem Tempo und lest so, wie es euch Spaß macht, okay? Das ist das Wichtige und dafür sind Bücher auch da, okay? Ich hoffe, das ist jetzt geklärt, komplett geklärt. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Yearly Book Wrap-Up. 2023 Book Wrap-Up. Und direkt mit dem Januar, weil Freunde, im Januar waren schon direkt Bücher drinnen, die für mich absolute Jahreshighlights sind. Und deswegen, let's go! Also, Freunde, im Januar waren es 6 Bücher, die ich gelesen habe. Und es waren einmal Broken Promises von EA Days. Das ist der zweite Teil. Broken Rules ist, glaube ich, der erste Teil, den ich im Dezember 2022 gelesen habe. Der zweite Teil hatte ein paar Lücken, fand ich. Also so ein paar... Es sind einfach Sachen im ersten Teil vorgefallen, die dann im zweiten Teil irgendwie nicht mehr vorkommen. Da dachte ich so, ist das doch nicht mehr relevant? Ist egal. Credence. Credence habe ich auch im Januar gelesen letztes Jahr. Einfach schon ein Jahr her. Ein Jahr! Leute, what? Das ist einfach ein Jahr her. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich weiß, dieses Buch ist sehr kontrovers. Und es ist auch eigentlich eine skeptische Sache, hier das immer wieder zu zeigen, dieses Buch. Aber ich liebe es. Was soll man machen, okay? Es ist auf Englisch. Ich glaube, mein gesamter Monat. Ja, mein gesamter Januar war in englischen Büchern. Es ist nicht Dark Romance. Ich würde sagen, es ist Morally Grey. Es ist aber Reverse Harem. Es ist aber nicht Why Choose. Also sie entscheidet sich am Ende schon für einen. Und es ist, wie gesagt, sehr kontrovers. Aber ich liebe es so sehr. It's so spicy. It's so good. Ich liebe es immer noch. Und ich kann es nicht abwarten, dieses Buch zu re-readen. Dann. Ein weiteres Penelope Douglas Buch ist Korrupt. Der erste Teil der Devils Night Series. Und diese Serie. Yes, 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 yes. Diese gesamte Serie. Alle fünf, nein, vier Teile und zwei Novellen. So. Yes. Yes. Absolute Jahreshighlights. What do you mean? Okay, die Devils Serie ist so, so gut. Ist eine Dark Romance Reihe. Eine ganze Freundesgruppe. Und es geht um die Nacht vor Halloween. Und wie die Protagonisten, also die vier Freunde. Beziehungsweise drei Freunde in den Knast gekommen sind. Und warum der eine draußen war. Also nicht in den Knast gekommen ist. Unglaublich. Und wie die, basically, an Devils Night. Also eine Nacht vor Halloween. Die gesamte Stadt theorisieren. Ja. Und wie die jetzt ihre Mädels finden. Ach. Ich liebe diese Reihe so sehr. Und vor allem bitte jetzt. 24, also 2024. Auch ins Deutsch übersetzt. Vom Everlove Verlag. I'm so happy for you guys. Weil jetzt können es wirklich alle, alle lesen. Habe ich ehrlich. Ich versuche mich jetzt schon mit dem Video echt kurz zu halten. Aber ich weiß nicht, wie kurz ich mich halten kann. Bei all den guten Büchern nicht gelesen. Weil War of Deception das nächste Buch ist. Und Leute, wenn ihr mich seit Januar 23 schon verfolgt, dann wisst ihr, wie ich ausgerastet bin bei dieser Reihe. Das ist eine Trilogie. Das ist von Reena Kent. Das ist die Deception Trilogie von Reena Kent. Unglaublich. Mit absolut nichts zu vergleichen, was ich bisher gelesen habe. Es ist Dark Romance. Wie man vielleicht sehen kann. Es ist, ähm, oh my gosh, what even is it? Es ist Secret Identity. Es ist Kidnapping. Es ist Obsessive Bookman. Ähm, Russian Mafia. There is so much going on. Es ist komplett Insanity. Und ich liebe es. Das ist der erste Teil, den ich im Januar gelesen habe. Und die zwei darauffolgenden Teile folgen im Februar, okay? Ich habe diese Reihe inhaliert. Und wenn ihr diese, ähm, wenn ihr meine Reaction Videos gesehen habt, letztes Jahr im Januar, dann wisst ihr, wie ich ausgerastet bin beim Lesen dieser Reihe. Und dann haben wir hier einmal Ratched. Ich habe auch Scarred, ähm, gelesen, letztes Jahr. Und Scarred ist der zweite Teil der Never After Series von, ähm, Emily McIntyre. Und ich habe das Buch zurückgeschickt. Also Scarred fand ich ja absolut gar nicht gut. Das ist ja das einzige Buch, das ich letztes Jahr, ähm, ich glaube, das ist das einzige, das ich abgebrochen habe und direkt zurückgesendet habe. Weil erstens von der Größe hat es nicht gepasst, es war wirklich viel, viel größer. Und zweitens war es so vorhersehbar und es war einfach nicht gut. Ich weiß es nicht, ich habe die Geschichte nicht gemocht. Vor allem, weil es eine Adaption von, ähm, Der König der Löwen war. Ja, nee. Das Buch war aber sehr, sehr gut. Es ist Secret Identity. Und das Mädchen ist, also die Protagonistin ist irgendwie der Antagonist. Wow, äh, 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 still a little bit confused. Und der Typ ist Secret Identity und ist bei denen eingeschleust. Es war schon crazy. Ähm, und dann habe ich Final Offer gelesen. Das ist der dritte Teil der Dreamland Billionaire Series. Ich habe ja, ähm, Billionaire Series, also, ähm, The Fine Print und Terms and Conditions letztes, also 2022, 2022 gelesen. Ähm, und das kam letztes Jahr im Januar raus. Der dritte Teil, der endgültige Teil. Hoffentlich nicht, aber laut Lauren Asher schon. Ähm, ich habe es schon geliebt. Es ist Second Chance. Es ist viel, viel dicker als die anderen beiden Teile. Ich habe es gemocht, aber Terms and Conditions ist und bleibt mein absolutes Lieblingsbuch der gesamten Reihe. So. Dann kommen wir auch schon zum Februar. Und im Februar waren es tatsächlich neune Bücher. Und da waren die ersten Bücher natürlich Deception Trilogie 2 und 3. Ich liebe diese Reihe abgöttisch, okay? Ich weiß nicht, was diese Freund diese Bücher packt. Aber sie kann schreiben wie keiner. Ohne Witz, sie, 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 fünf von fünf, krasse, so. Ich kann es einfach nicht erklären. Man muss diese Bücher gelesen haben, um zu verstehen, wie krank und twisty und literally psycho diese Frau eigentlich schreiben kann und ihre Protagonisten machen kann. Weil man wirklich, man hat Angst vor denen, aber man liebt diese Charaktere. Man fühlt sich angezogen zu dieser gesamten Geschichte. Man, man, diese Gefühle, die die Frau, also Rina kennt, die Autorin, hervorbringen kann. You are insanity. Your books insane. Weiter geht's mit meinem allerersten Dark Romans Buch auf Deutsch und zwar Very Bad Kings von Jane S. Wonder. Freunde, die Basis der Geschichte, die Grundlage der Geschichte, okay? Die gesamte Kingston University, es ist Reverse Horror, by the way, und ja, Dark Romans, hab ich gerade eben schon gesagt. Die Grundlage, die Kingston University, was die Kings mit Mabel haben, was ist deren Problem mit diesen Mädchen? Das ist eine unglaublich gute Geschichte und ich feier's. Gewisse Szenen und ich weiß nicht, wie das Ganze umgesetzt wurde, in a way. Hätte man das ein bisschen anders geschrieben, wäre es für mich vielleicht ein bisschen besser gewesen. Vor allem, weil ich Dark Romans bis jetzt, also bis zu diesem Buch nur auf Englisch gewöhnt war, waren für mich auch zum Beispiel diese ganzen Spicy Scenes manchmal sehr komisch, wegen der Wortwahl zum Beispiel. Auf Deutsch ist das alles ein ganz anderes Ding, würde ich sagen. Ich hab aber den ersten Teil gelesen im Februar und danach auch nicht mehr weitergelesen wollen. Ich hab den zweiten Teil da seit Oktober und werde jetzt auch, glaube ich, bald weiterlesen. Aber ich bin sehr gespannt, vor allem, was auch die Wortwahl angeht, wie es weitergeht. Okay, dann. Hi, away, das ist der zweite Teil der Denvers Night Series und Kai und Banks. Also Banks hat wirklich mein Herz. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, haben mich sehr, sehr viele mit Banks assoziiert, weil auch sie ja Schlangen als Haustier hat. Sind ja eigentlich nicht wirklich ihre, ihre, aber in dem Buch sind es ihre. Sie kümmert sich halt um die und vor allem auch ihr Aussehen und wie sie sich anzieht und so. Ich weiß nicht, ich habe es sehr geliebt. Es ist sehr spicy und sehr kontrovers. Sehr kontrovers. Okay, Satans Affair von H.T. Carlton ist eine Novelle zu dem Cat and Mouse Wedder, also zu Haunting und Hunting Adeline. By the way, haben mich so, so viele nach meinem Video, welches ich gemacht habe, bezüglich den 138 Büchern, die ich gelesen habe und ein paar Favorites, gefragt, wo Shatter Me, Haunting, Hunting Adeline und so ist. Leute, die Bücher habe ich im Jahr 2022 gelesen. Ja, das ist einfach schon fast zwei Jahre her. Das habe ich nicht letztes Jahr gelesen. Nur ganz BookTok hat die Bücher letztes Jahr gelesen. Vielleicht dachtet ihr deswegen, dass ich die letztes Jahr gelesen habe. I don't know. 2022, Leute. Genauso wie die Twisted-Reihe, wie King of Wrath und so, Dreamland Billionaire, habe ich alle im Jahr 2022 gelesen. So yeah. Deswegen waren die auch nicht immer 23 Favorites. Okay. Habe ich sehr gemocht. Ich liebe Sibi und ich kann nicht auf ihr Buch warten. Okay. Dann habe ich meine erste Dark Romance-Reihe auf Deutsch gelesen, die unglaublich, unglaublich gut war. November Step von Elektra White. Leute, diese Bücher. Ich war nach Very Bad Kings, war ich erstmal so ein bisschen skeptisch, was weitere deutsche Dark Romance-Bücher angeht, weil ich dachte mir, okay, wenn jetzt alle so in dem Schreibstil oder mit der Wortwahl so geschrieben wurden, kann das für mich vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und vielleicht bleibe ich damit auch bei all meinen englischen Dark Romance-Büchern. Diese Reihe hat mich vom Gegenteil überzeugt. Komplett. Okay? Komplett. Und diese Reihe hat mir, würde ich tatsächlich auch sagen, die komplette deutsche Dark Romance-Welt komplett eröffnet, weil ich war dann, davor war ich nur auf Englisch. Nur. Und nach diesen Büchern werdet ihr auch sehen, eine Menge deutsche kamen dazu. Eine Menge deutsche. Aber bis jetzt, was Dark Romance angeht, ich glaube, gab es keine Reihe dieses Jahr. Die diese, glaube ich, ich weiß es nicht, schwierig, ehrlich, sehr, sehr schwierig. Aber krass gute Reihe. Krass, krass gute Reihe. Und mit Abstand auch meine Favorites dieses Jahr. Einfach weil mir die, halt wirklich diese Dark Romance-Welt auf Deutschland vollgeöffnet haben. Dieses Buch hat mich komplett gebrochen. Das Buch ist so, so krass traurig. Das ist All Your... Nein, A Thousand Boy Kisses von Tilly Cole. Auf Deutsch ist es All Your Kisses. Ich habe geheult wie noch nie in meinem Leben wegen einem Buch. Das war bodenlos. Bodenlos. Ich habe sogar mehr geheult wie bei Reminders of Him von Colleen Hoover. Und da war schon Ende. Bei diesem Buch Double End. Weiter geht's mit dem März. Und Freunde, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich muss mich echt ein bisschen beeilen. Asta Breath von Umbra Care ist ebenfalls ein deutsches Dark Romance-Buch. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das ist ein sehr, sehr leichtes Dark Romance-Buch für mich gewesen. Und damit empfehle ich dieses Buch auch wirklich sehr oft und sehr, sehr gerne als Einsteigerbuch für Dark Romance. Ich habe es geliebt. Es ist eine Adaption von Die Schöne und das Biest. Also ein Retelling. So gut. So, so gut. Er kauft ja eine Bibliothek. Muss ich mehr sagen? Ich glaube nicht. Okay. Blood of My Monster von Rina Kent. Das ist eine Dark Romance-Military Romance-Geschichte von Rina Kent. Und ich habe ja die Deception-Torlogie schon gelesen und absolut geliebt. Und damit wusste ich, dass ich diese Reihe auch krass gut also finden werde und lieben werde. Und I did it. I did. Of course I did. Das Ding ist nur, dass ich nach diesem Buch krass gespoilert wurde. Das ist der erste Teil der Monster-Trilogie. Krass gespoilert wurde auf die nächsten beiden Teile und deswegen ist mir wirklich schwer gefallen ist, die Teile dann auch wirklich direkt zu lesen. Deswegen kommen die, glaube ich, ein bisschen später in diesem, also im Jahr 2023. Aber jetzt in diesem Jahr 2024 hoffe ich, dass ich alle ihre Bücher lesen werde, weil diese Reihe ist komplett voll mit ihren Büchern. Ist das diese Reihe? Ich sehe es nicht von ihr. Und sie hat 30 Bücher. Ja. Ich liebe sie. Okay. Dann habe ich von Bibi Stiffers Voodoo Saints 1 und 2 gelesen. Und nein, Freunde, weil ihr immer alle direkt zu diesem Gedanken springt, dass es mit dem Voodoo magischen Zeug zu tun hat. Nein. Diese Bücher würde ich auch nicht lesen. Okay? Es hat nichts mit Voodoo zu tun. Nichts mit den Puppen. Nichts mit Dark Magic. Nothing. Okay, nothing. Sowas hat keinen Platz in meinem Haus. Es ist Dark Romance. Es geht um eine Farm. Und basically sind halt die Voodoo Saints so eine Gruppe an Typen, Freunden, auch Verwandten, Bekannten, whatever. Ähm, es ist nicht Reverse Harem. Es ist nicht Reverse Harem. Die gesamte Reihe, also in jedem Buch geht es um andere Protagonisten. Außer jetzt in den ersten beiden Teilen. Da geht es um die gleichen Protagonisten. Und die Geschichte ist sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut gewesen. Ähm, aber ich fand den dritten Teil mit Billy, was glaube ich, Leute, ich glaube, sie war Billy, ähm, am meisten Sets gemacht. Okay, dann habe ich eine unglaublich tolle Wohlfühlreihe gelesen, die auch zu einem meiner Favorites gehört, und zwar die vielleicht Reihe. Ich habe alle Bücher so sehr geliebt, aber nichts wird das Buch vielleicht nie toppen für mich. Dieses Buch war unglaublich gut, der Reihe. Das ist der zweite Teil. Ähm, weil Joe, also Joanna und Killian, Johanna, spricht man sie deutsch oder englisch aus? Joanna und Killian? Whatever. Ihr wisst, was ich meine. Das hat auch immer mein ganzes Herz. Okay, ich liebe sie. Es ist der zweite Teil, also vielleicht nie, ist, ähm, Best Friends Brother, Older Brother. Ja, Leute, ich habe es so geliebt. Okay, dann habe ich Unintended gelesen. Ist das die Deathly Bastards Reihe? Ähm, Es ist Dark Romans auf Deutsch. Ich muss ehrlich sagen, es hat es nicht so gut gefallen. Es hat mir so den Vibes von Very Bad Kings gegeben, weil es halt eben auch in der University ist und so. Es ist nicht Reverse Harem, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber die jagen sie halt auch und foltern sie und whatever they do, ist mobbing, okay? Schwierig, weiß ich nicht so sehr. Okay, dann, Leute, habe ich Kill Switch und Conclap gelesen. Ähm, so gut, so, so gut. Leute, in den ersten Buch im Korrupt, ne? Man mag Damon null, null. You better leave, you better leave in dem Buch. Yes, yes, okay, you start loving Damon, okay, Damon ist so, is that misunderstood? Maybe, baby not, but I don't care. He's a baby, but he's not a baby. Ähm, I don't know, I'm going crazy about this whole series. Sage euch ehrlich, ähm, Ich liebe es. I love it. I really do. Und ich hoffe so sehr, dass Penelope Douglas noch mehr über die gesamte Freundesgruppe rausbringen wird. Ich glaube schon, dass es, wie gesagt, ein Spin-Off geben wird oder sowas, aber darüber reden wir mit Nightfall, wenn ich Nightfall gezeigt habe. Okay, okay. Conclap? Krank. Krank. Okay, I was going feral, feral, about finding out, what happened to Will. To my baby boy Will. Ja, ich liebe es so sehr. Okay, warum habe ich das Gefühl, dass dieses Video wieder unglaublich lang sein wird? Whatever. Ich habe, ähm, die Kingdom Reihen von Sun the Dark und Sam Woods, also Teil 1 und 2, gelesen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich fand Teil 1 sehr gut. Ich weiß nicht, there was a lot of mystery going on. Teil 2 war mir so vorhersehbar irgendwie. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich habe mit Band 2, so ein paar Stellen ein bisschen gestruggelt gehabt wegen halt diesem Vorhersehen und so diesem. Weil ich bin ja so ein Mensch, wenn ich lese, ich versuche direkt die gesamte Geschichte zu verknüpfen und zu versuchen, okay, zu erraten, zu sagen, wer der Antagonist ist und so. Ähm, und was passieren wird. Vor allem, ähm, in dem zweiten Teil war es irgendwie richtig einfach. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe natürlich so die gesamte Reihe Gläser und Band 3 kommt auch bald. Habe ich, was ist das jetzt? April? Ach du meine Güte. April glaube ich, oder? Ach du meine Güte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mit Crucify im, ich glaube, April angefangen und das ist eine Dark Romance Geschichte auf Deutsch und Stalker. Ich fand's sehr gut, ich fand's wirklich sehr gut. Ähm, der Typ ist Russe, so, ja. Dann habe ich ein Buch re-readed letztes Jahr und das ist The Power of Positive Thinking von Norman Vincent ähm, Pale. Ähm, dieses Buch, ähm, war so krass gehypt im Jahr 2021. Ich glaube es war 21. Ähm, und es ist wirklich ein re-read, ähm, den ich auch in einem Zug durchgelesen habe. Einfach, ich weiß, ich wollte bezüglich diesem Buch meine Gedanken nochmal komplett auffrischen und vor allem ist es so ein gutes, ähm, Buch bezüglich Mindset und just positive thinking in general. I don't know. A healthy mind. Everything. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Kapitel, ähm, und ich weiß nicht, paar hundert Seiten meiner ganzen, ähm, wie heißt das? Mental Health Bücher, Mindset Bücher gelesen, aber keines komplett durchgelesen, wie zum Beispiel das Buch. Dann Brina Kent Empire of Lust. Geiles Enemies to Lovers Buch. Krass, krass gutes Enemies to Lovers Buch mit einer meiner absolut Lieblings-Scenes in Enemies to Lovers Büchern und zwar diese eine Szene, wo, ähm, sie komplett bloody, all beat up, okay, von irgendwelchen, whatever, ähm, vor seiner Tür auftaucht und dann sowas sagt wie I didn't know where else to go and then everything goes black. Yes, 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 ich liebe dieses Buch so sehr. Dann habe ich eine Reihe angefangen und das ist die, ähm, Kings New York Reihe, wenn ich mich nicht irre, von Cari Tenero und das erste Buch ist Red King und Red King ist auch mit Abstand mein Favorite King, okay, es ist Reverse Harem, aber ein bisschen anders Reverse Harem, wie wir es alle kennen, ähm, und ich habe es wirklich sehr gemocht, wirklich, wirklich sehr gemocht, es ist, wie gesagt, es ist eine Trilogie mit drei Teilen und Sam is my favorite. Dann, The Mistake von Al Kennedy, Off Campus Reihe Teil 2, ich glaube Teil 2, ähm, sehr spicy, viel, viel spicy wie der erste Teil, ähm, es gab aber irgendwie im ersten Teil mehr Tiefe in dem Buch, fehlt mir, hat mir ein bisschen Tiefe gefehlt, aber ich fand es trotzdem richtig gut, ich meine, es ist eine spicy Eishockey Geschichte, ne, so, Never Regret von Daphne Bino und Karen Gassow, dieses Buch ist sehr spicy, es ist auf Deutsch, es ist, ähm, keine Dark Romans Geschichte, aber schon so eine morally grey spicy Geschichte, es geht um ein spicy, spicy Club, okay, that's all I'm gonna say, und es ist, ähm, Best Friends Sister, also Brothers Best Friend, ja, die Protagonistin, der beste Freund von ihrem Bruder, ja, ähm, und er ist älter und er ist ebenfalls der Kollege, nicht mal Kollege, sondern Co-Business Owner von dem Bruder und die kennen sich nicht und als sie sich kennenlernen, die fühlen sich sehr anziehend, okay, aber die wissen nicht, wer die Person denen gegenüber ist, also, die wissen, der Junge, der Typ weiß nicht, dass das die, ähm, Schwester ist von dem besten Freund und sie weiß nicht, dass das der beste Freund ist, wie auch immer, okay, okay, wenn sie, als sie es herausfinden, Detention, yes, dann, Freunde, habe ich eine Reihe angefangen, die ich wirklich sehr, sehr liebe, das ist eine englische, ähm, Mafia, Dark Romans, Mafia Reihe, und zwar ist das die Perfectly Imperfect Series von Never All Time und da habe ich direkt zwei Bücher gelesen, so habe ich mich erschreckt, ähm, von nichts, ähm, und jetzt habe ich erfahren von nun, whatever, auf jeden Fall habe ich auch diese beiden Bücher an einem Tag durchgelesen, okay, an einem Tag, es ist Painted Scars und Broken Whispers und Broken Whispers, Broken Whispers ist mein Lieblingsbuch der gesamten Reihe, okay, der Typ, das sind beides Russen, by the way, ähm, der Typ, der spricht auch russisch in dem Buch und das wird zwar auf, ähm, also auf lateinischen Buchstaben, also auf unseren, so auf deutschen Buchstaben geschrieben, nicht im russischen, also auf kyrillische Schrift, aber das ist ja auch egal, das ist nebensächlich, er spricht russisch, mit ihr und sie ist keine Russin, okay, das heißt, manchen muss es so ihr übersetzen und so und das sind so süße Szenen und der Typ ist einfach, ach, he's amazing, okay, he's amazing, dann, habe ich von Baby Stiffers unnoticed 1 und 2 gelesen, das ist eine, ähm, Dark Romance, kidnapped, im Dschungel, kidnapped, ähm, ist es Secret Identity, I don't even remember, no it's not, es ist nicht Secret Identity, aber, ähm, ähm, es ist das Unwissende, ähm, zu wissen, wer der gegenüber ist, also er weiß nicht, wer sie wirklich ist, als sie zusammenstoßt und sie auch nicht, wer er ist und dann ist er in den Lauf und er versucht eigentlich, sie zu kidnappen, aber er scheitert und dann kidnappt er sie doch, dann geht es direkt weiter mit 10 Büchern, die ich im Mai gelesen habe und da ging es weiter mit Bodo Saints Teil 3 und das ist das Buch, ähm, mit Billy und Kayden und ich liebe die beiden am meisten, die ganze Reihe, dann ging es weiter mit Blue King und das ist der zweite Teil der Kings New York Reihe von Cari Tanero, ähm, fand ich auch sehr, sehr gut, aber der dritte Teil, vor allem der Cliffhanger in dem Buch, im ersten Teil war schon bodenlos, in dem Buch noch krasser und der dritte Teil hat mich, also, der kommt auch noch, hat mich komplett zerstört. Dann, kommen wir zu einem Buch beziehungsweise einer Delogie, die einer meiner absoluten Jahreshighlights ist, Spiegler, Spiegler von Michelle Tate. Freunde, direkt wo ich dieses Buch bei der Hälfte oder so, wo ich das Buch bis zur Hälfte durch hatte, wusste ich schon, dieses Buch ist mit 100% wirklich ein Jahreshighlight und ich hätte auch dieses Buch in einem Zug durchgezogen, wenn ich euch kein Leseupdate hätte geben wollen auf TikTok. Deswegen habe ich das Buch, ähm, pausiert, beziehungsweise halt, ja doch, bei der Mitte pausiert und bin Schlafgegangen für den Tag, irgendwie so. Und dann am nächsten Tag, euch den Apfel zu geben und dann gleich an diesem Tag auch zu Ende zu lesen. Geil, es ist Romantasy, es ist eine Schneewittchen-Retelling, ähm, bisschen dark, bisschen anders, bisschen mit Magie und so und, ich liebe es über alles und seit Tag 1. Seitdem ich die erste Hälfte des Buches gelesen habe, ist es für mich ein Jahreshighlight. Dann habe ich Ich befreie dich von Jasmin Meyer gelesen. Das ist ein, ebenfalls ein deutsches Buch, ein Romance-Buch. Ähm, es ist Romance Suspense, hat so ein bisschen Morally Gray Aspekte, würde ich sagen. Es hat einen unglaublich geilen Farbschnitt einfach, richtig krass gut gemacht. Ähm, es fängt an als Workplace-Romance und wird dann aber, also gewinnt ein bisschen an Tiefe und ändert so ein bisschen die, die Narrative, würde ich sagen. Okay, dann habe ich, ähm, Kingdom Teil 3, so, von Sally Dark und Sam Woods gelesen. In dem Buch kamen noch mal so ein paar, ähm, richtig krasse Wow-Effekte mit rein, wo ich dachte, okay, wow, das habe ich absolut gar nicht erwartet. Ähm, aber ja, es ist der, es ist das Ende der Reihe, ich meine, they got a happy end at the end. Okay. That's a glove. Ja, psychotic. Crazy, 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 crazy. Das Ding ist aber, das ist so ein Buch, das ist wirklich sehr, sehr heavy geschrieben wurde oder war, wie auch immer. Ähm, es, ich weiß nicht, für mich gibt es Bücher, die liest man mit Leichtigkeit oder die sind auch mit dieser Leichtigkeit geschrieben und dann gibt es Bücher, die sind halt einfach ein bisschen schwerer für einen geschrieben und das war auf jeden Fall eines dieser Bücher, weil ich, ähm, sehr, sehr lang dafür gebraucht habe, tatsächlich, ich glaube, ich habe eine Woche für das Buch gebraucht und, ähm, es sind nicht wirklich, es sind 550 Seiten ungefähr, ähm, aber ich habe natürlich irgendwie so, my whole brain capacity gebraucht, weil einfach so viel abging in diesem Buch und es ist so psycho crazy, weil der Typ ist wirklich, welche Chopes gibt es in diesem Buch eigentlich nicht. Und dann habe ich auf jeden Fall Deine Freiheit gehört mir von Annie Thorne gelesen, das ist eine, ähm, deutsche Dark Romans Mafia Geschichte und, ähm, ich fand das Buch wirklich sehr stark gemacht, also, ähm, das Ding ist, sie geht halt in ein Gefängnis, um als Journalistin oder halt Interviewerin, wie auch immer, ein Häftling zu interviewen, so, okay, und dieser Häftling, crazy, okay, und als sie interviewt, ähm, well, bekommt sie Geheimnisse mit, die ihr ganzes Leben verändern werden, literally. Dann habe ich Hidden Truths von, war alter ich gelesen, das ist der dritte Teil der Perfectly Imperfect Series und der Teil ist auch richtig gut. Okay, es geht um Sergej und Sergej ist auch crazy, crazy, und um Angelina. Ähm, und er rettet sie vor, it still makes my, it still takes my breath away what happened in this book, aber ich liebe es unglaublich. Dann habe ich ein weiteres deutsches Buch gelesen und das ist eine Morally Grey Geschichte, das ist kein Dark Romance und erstens Cover Unglaublich, oder das Privileged Villain von Baleska Knight ähm, und das Buch ist eine Enemies to Lovers Geschichte, das ist schon Bully Trope, ähm, und es geht um eine, well, University, also sie sind schon in einer Universität, die beiden kennen sich aus einem Kindesalter, okay, die kennen sich schon richtig lange, ähm, aber da ist was vorgefallen und, ähm, deswegen tut er sie da Wasser tut es schon Folter eigentlich, aber es ist halt Mobbing, okay, es ist schon krass, aber normalerweise mag ich keine Mobbing Bücher, gar nicht, okay, in dem Buch war es wirklich richtig, richtig gut, also wirklich sehr stark gemacht, ich habe es geliebt. Dann, habe ich Scandalous gelesen und Scandalous, well, es ist ein deutsches Buch von Donbeth und Maria O'Hara und es ist, ähm, A Whole Mystery, okay, es ist ein komplett krass mysteriöses Buch, ähm, es gibt eine Menge Geheimnisse aufzudecken und so und, ähm, es geht um einen Tod halt, basically, ich weiß nicht, also es war wirklich sehr, sehr gut, es hat auch ein bisschen so Age Gap und so, deswegen war es schon sehr gut, ich habe mich immer bei diesem Buch sehr auf diese Age Gap-Szenen gefreut, wegen den zwei, den, zwischen denen das halt ist, whatever, ähm, aber ich habe bis jetzt noch nicht weitergelesen, die Reihe tatsächlich, I don't know. Habe ich im Juni 14 Bücher gelesen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe und ich würde sagen, gestoppt noch direkt damit und das ist nämlich, also eines der ersten Bücher war, ähm, Teil 4 der Perfectly and Perfect Series, ähm, das ist, ich weiß nicht, auch eine Arranged und Forced Marriage, irgendwie sowas und ich glaube, das war auch, ähm, das Buch mit Age Gap, aber ich bin mir nicht mehr sicher, bin mir ehrlich nicht mehr sicher, aber es gab ein Buch aus der Reihe, das ich nicht so sehr gemocht habe, ich glaube, das war das hier, aber ich bin mir, wie gesagt, nicht komplett sicher, dann habe ich eine Reihe begonnen, die ich so, so sehr liebe und ebenfalls eines meiner absoluten Favoriten letztes Jahr, ähm, weil die Protagonistin Russin ist, sie heißt Jessie, ähm, es ist Reverse Harm, es ist auf Englisch und es ist unglaublich gut, okay, weil ich habe nach Büchern gesucht, wo die Protagonistin Jess oder Jessie heißt, oder Jessica, ist egal, die New York Ruthless Reihe, ähm, unglaublich, es ist so spicy, es ist Reverse Harm, sie ist eine Hackerin und die Typen sind die irische Mafia, ich liebe es, dann Freunde, ähm, habe ich eine Reihe angefangen, ähm, auf Deutsch, eine Dark Romans Mafia Reihe, Kidnapped Mafia Reihe, whatever, ähm, aber, ich habe hier nur das zweite Buch, ich habe das erste Buch nicht mehr hier, weil ich, ähm, äh, bei, ich glaube, beim zweiten Gewinnspiel, das ich überhaupt jemals gemacht habe, auf Instagram, hatte ich nur vier Bücher, ähm, dieses, von diesem Buch, ähm, und habe dann einfach meins, was ich zu Hause noch hatte, dazu gelegt, damit hat wirklich jeder den gleichen Inhalt bekommt, damit es fünf Bücher gibt, von diesem einen Buch. Deswegen habe ich nur den zweiten Teil da und es geht um Mr. und Mrs. Rodriguez von, ähm, J.G. Rose. Ich habe, das ist der zweite Teil, wie gesagt, den ersten Teil habe ich nicht mehr, ähm, aber ich habe es gelesen und sehr gemocht, obwohl es manchmal für mich wirklich sehr lang gezogen war, weil die Bücher alle richtig dick sind, ähm, deswegen hat es wirklich für mich manchmal so ein bisschen an Spannung verloren einfach. Dann habe ich die Dark Castle Reihe von, äh, D.C. Odessa angefangen. Ich fand das erste Buch richtig, richtig stark, also es ist Reverse Harem, es ist Kidnapped, es ist, ähm, Token is Bargain, whatever, sehr, sehr gut, der erste Teil tatsächlich, ähm, sehr spicy auch. Ähm, dann habe ich Lies of Monster und, ähm, Heart of a Monster gelesen, das ist Teil 2 und 3 der Monster Trilogie, und obwohl ich ja so gespoilert wurde nach dem ersten Teil, habe ich 2 und 3 einfach verschlungen und so krass geliebt, Freunde. Rina Kent, what is she doing to me? Honestly, wie kann man so schreiben? Und ich habe null Erwartungen gehabt an diese beiden Bücher, wegen den Spoilern, die ich hatte, okay? Und trotzdem hat sie mich komplett kaputt gehabt mit diesen Büchern. Es ist so, so gut. Es ist so, so gut. Die Bücher, es ist ja Military Romance und es geht darum, Sascha, also die, ähm, es ist auch Russian Mafia, Leute, ähm, whatever, ähm, dass sie im Militär ist, ähm, als Frau, Sascha ist eine Frau, ähm, und sie muss sich als Mann ausgeben, um ihr Leben zu schützen und das aller anderen. Es ist so gut. Aber, Kiddil findet es natürlich raus, wer sie ist. Dann habe ich King of Pride gelesen von Anna Hwang. Das ist der zweite Teil der, ähm, King of Sins Reihe und, ähm, es war sehr, sehr gut. Es war eine cute Romance-Geschichte. Ich habe auch bei dem richtig krass annotiert. Es war eine süße Romance-Geschichte, aber es ist nicht zu vergleichen mit King of Wrath zum Beispiel gewesen. Leider nicht. Dann habe ich Bloody Plage gelesen von Christine Glimmer. Das ist eine, ähm, deutsche Dark Romance-Geschichte. Sehr twisty. Sehr twisty. Ähm, und ich habe es sehr gebraucht. Ich habe es auch richtig schnell durchgehauen. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe irgendwie den, 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 die Spine. I literally broke it. Okay, dann habe ich den zweiten Teil der, Kerstelreihe gelesen. Da muss ich ehrlich sagen, der hat mir gar nicht gefallen. Also ich weiß nicht, was im Laufe vom ersten Band zum zweiten Band passiert ist, aber der hat mir gar nicht gefallen. I'm so sorry. I'm so, so sorry. I did not like it. Wie die Typen mit ihr umgehen? No. No. Thank you. Black King von Cari Tenero. Das ist, wie gesagt, der dritte Teil der Kings New York-Reihe. Ich glaube, ich glaube, die Reihe heißt so. Ähm, und ich habe diesen Teil auch nochmal geliebt. Ich habe so krass geheult. Ich habe so, so krass geheult, weil, kann ich nicht sagen, Spoiler, aber, ach, die Reihe ist so krass gut gewesen. Dann, Freunde, habe ich ein weiteres Buch von Sadie Kincaid angefangen. Die Ryan Rule-Reihe ist ja von Sadie Kincaid. Das Buch ist so, so gut gewesen. Es ist Dante. Ähm, und die Reihe heißt Chicago Ruthless und nenn es Chicago Ruthless geht es um drei Geschwister um Dante, Joey und Lorenzo, die auch in dem Buch vorkommen. Ähm, also man die in dem Buch kennenlernt. In dem Buch geht es darum, dass Dante, eine Cat, glaube ich, hieß sie, ähm, kidnapped als Bargain, weil ihr Bruder Scheiße gebaut hat bei ihm. Ja. Dann habe ich Breathe With Me Love von Chris, nein, Katrin Romano. Katrin Romano, so gelesen. Ähm, das Buch ist auf, ähm, deutsch. Es ist aus der Erzählersicht mit sehr vielen Passagen aus PUVs. Okay? Ich hoffe, man versteht das so. Und er ist Russe. Er ist Russe. es hat Mafia Relations und es ist Student Professor. Student Professor. Ähm, und das Buch, das ist, ich liebe es, dass du zeigen, es hat so, so. Er ist ein Professor einfach. Was ist das andere? Sie ist Student bei ihm. Okay, ähm, das Buch hat so viele krasse, ähm, Illustrationen, alles von der Autorin selber gemacht, okay, das ist einfach selber illustriert von ihr. So, so krass. Und so fangen auch gefühlt, also ich glaube, alle Kapitel an. Und dann im Laufe des Buches, bei sehr vielen Szenen gibt es dann auch noch, gibt es dann halt auch noch, ich kann nicht mehr sprechen, ähm, sehr, sehr viele, ähm, Illustrationen zu diesen Szenen, also passend zu diesen Szenen. Dann habe ich Priest gelesen. Es ist Dark Romance. Kann man sich vorstellen, wie krass kontrovers es war? Ja. War es trotzdem sehr gut? Ja. Okay. Dann habe ich, ähm, einen weiteren Teil der New York Luthers Reihe gelesen. Das ist der zweite Teil. Das ist Ryan Redemption. Ich liebe diese Reihe. Ich muss glaube ich ehrlich nicht sagen, ich liebe diese Reihe unnormal. Hier geht es jetzt auch schon weiter mit elf Büchern, die ich im Juli, ja, Juli gelesen habe. Und Freunde, da ging es direkt weiter, ups, mit der Ryan Reihe, also mit der New York Luthers Reihe. Und, ähm, ich habe es direkt durchgezogen, okay? Ich konnte nicht aufhören, weil ich es einfach so liebe. Es ist addicting, okay? Es ist addicting. Dann habe ich Götterfunk gelesen von Mara Wolf, weil auch da die Protagonistin, Jessica heißt, und sich selber Jazz nennt. Kennen wir von irgendwoher, oder? Kennen wir. Liebe ich. Es geht um, ähm, Götter, also um griechische Götter. Und Percy Jackson, die Filme, haben auch ein Cameo. I loved it. I loved it. Ich bin richtig gespannt auf die nächsten Teile. Dann habe ich Teil 5 und 6 der, ähm, Perfectly Imperfect Series gelesen. Ich liebe diese Reihe. Es sind so gute kleine Mafia-Geschichten mit Arranged Marriage, Age Gap, Forced Marriage, und Kidnapped, und dies und das, und Save, und Bad Hero Moments. Just perfect. Diese Reihe ist krass gut. Upsi. Dann ging es auf jeden Fall weiter mit einem Enemies to Lovers, Billionaire, ähm, Arranged Marriage of Convenience Buch, und zwar My Dark Romeo. Dieses Buch sieht erstens so, so krass schön aus, finde ich, und zweitens es war auch so, so krass gut. Es war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, beide sind so drauf, ähm, hinaus, sich gegenseitig zu provozieren, weil die es eigentlich beide gar nicht wollen, also in dieser Ehe halt zu sein, das ist ja alles Marriage of Convenience, ne? Ähm, und die provozieren sich beide gegenseitig so, so krass, vor allem die beiden, er hat so ein loses Mundwerk. So ein loses Mundwerk, und sie ist so schlagfertig. Ihr könnt euch vorstellen, The Tension in this book is literally crazy. Dann habe ich Brutal Intentions gelesen, und das ist, ähm, eines dieser, ähm, also eines der Bücher, die ich dieses Jahr absolut ganz und gar nicht gemacht habe, weil der Typ, das Buch, also die Geschichte hatte so viel Potenzial, aber ich weiß nicht, ist einfach I didn't like it. I really didn't like it. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist Crazy Age Gap, es ist auch kontrovers, ähm, und der Typ hat sich einfach verhalten wie so ein Riesenbaby. I didn't like it. Jetzt kommen wir zu einem weiteren, absoluten Jahreshighlight von mir, und zwar Fourth Wing. Freunde, müsst ihr mir eigentlich noch darüber reden, nach diesen 500.000 Videos, dich gemacht, und über diese Reihe, Fourth Wing, ist mein erstes Fantasy-Buch gewesen, dieses Jahr, im Juli. Ähm, seit Jahren eigentlich, mein erstes Fantasy-Buch. und, ähm, excuse me, es hat mich so gepackt, so gepackt, ich meine, ich habe einen Reading-Vlog auf diesem Buch, hier auf YouTube. If you wanna see it, Leute, seid euch aber sicher, dass ihr das Buch gelesen habt, weil das ist so voll mit Spoilern. Ähm, muss ich eigentlich noch erzählen, um was es geht, ich glaube, dieses Buch ist so allbekannt. Ich liebe es unglaublich. Okay, dann habe ich A Touch of Desire gelesen, von Sally Dark und Sam Woods. Ähm, es ist nicht Dark Romance, ich finde, es ist Morally Grey, oder es ist halt Romance und hat ein paar Morally Grey Elemente, eher so. Ähm, es war richtig gut, aber, ich muss auch ehrlich sagen, es war so ein bisschen vorhersehbar, also, ja. Okay, dann geht es weiter mit einer Reihe, die auch ein absolutes, krasses Jahreshighlight ist, und zwar, die Porn in the Puppet-Reihe, Freunde. Wir können, ich kann nicht oft genug darüber reden, so, diese Reihe hat mein Herz dieses, dieses Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr. Ich bin immer noch sprachlos. Das ist nur der erste Teil. Der zweite und dritte Teil kommt jetzt auch noch, also in darauffolgenden Monaten. Und diesen Monat, Januar 24, kommt der vierte Teil raus. Bin ich mental dazu ready? No. I'm not ready to find out what happens. I'm not. I am not. Diese Reihe, wenn ihr Englisch lesen könnt, Dark Romance mögt richtig psycho, dystopian, crazy, whole other universe Zeitalter, read it. You have to. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ich hab 16 Bücher im August gelesen. Oh, Summer Break. Okay, Leute, where do I even start? I'm so sorry. I'm so sorry. Es fängt an mit Some Dark Liars und Some Dark Lovers von Bibi Stippers. Das ist eine Dark Romance Mafia Reverse Harm Geschichte. Erstens, ich find die K wirklich richtig krass, Schinger, so, so wunderschön. Ich hab es sehr gemacht, ich hab es tatsächlich wirklich sehr gemacht, aber, ich weiß nicht, man hätte vielleicht jetzt so rückblickend, im Nachhinein so, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Tiefe reinbauen können, weißt du, was ich meine? Aber, trotzdem, es hat mich echt gecatcht, und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht, so, so good. Keeping Denver ist eine englische Novelle gewesen. Es ist, ähm, well, er ist ihr Boss und sie ist eigentlich, sie ist, sie lives on the street, so she is basically homeless, und, well, er verfällt ihr, okay? Das war so süß. Okay, dann mein erster Thriller, der Housemaid. Definitiv auch ein Highlight. So ein krasses Buch. So, aber auch echt viele gespaltene Meinungen zu diesem Buch, weil, ähm, anscheinend sehr, sehr viele das Buch irgendwie vorhersehen konnten, was passiert. Ich persönlich nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Twist, der reingekommen ist, das reingetwistet getwistet ist. The twist getwistet in the twisted twisty. Okay, sehr gut. Dann, Leute, geht es natürlich direkt weiter mit Buch 2 und 3, der Pawn and the Puppet Series. Das ist einmal The Master and the Marionettes, Buch 2. Ja, dann, wo ist Buch 3? The Puppeteer and the Poisoned Pawn? I'm still not comprehending everything that happens. Okay, Leute, Teil 1. Nein, so, Teil 1. The Pawn and the Puppets. Ich konnte mich noch richtig gut halten, nicht zu heulen, bei all dem, was passiert ist. Dieses Buch, Zeit 2, ich habe schon Gold. Ich habe richtig geweint. Richtig, Tisch, okay? Dann, dieses Buch hat 50.000 Mal Fliegen gelehrt. Es hat so viele Dellen und Knicke und so viele Saiten, die Eselsohren haben, weil ich dieses Buch beim Lesen durch mein Zimmer geschmissen habe, okay? Weil ich war so sauer, ich war aggressiv, ich konnte absolut nichts mehr verstehen, warum und wieso, weshalb, warum. Und dann habe ich auch noch geheult. So all the emotions that you know exist, I felt in this book. Deswegen habe ich unglaublich Angst, wie es nach dem, also wie es beim 4. Buch jetzt aussieht, das rauskommt. Weil der Cliffhanger halt auch richtig krass ist, ne? Und ich liebe diese Reihe über alles. Ich liebe sie so sehr und Leute, auch nochmal, ich werde niemals, wer weiß es, nur, mein absolut liebsten nur aufhören zu danken, dass sie mir diese Reihe empfohlen hat, weil literally opened a whole new world for me. A whole new world! Okay, Joey. Joey ist der zweite Teil von Dante. ist seine Schwester von Dantes Schwester. Und das Buch ist auch natürlich Dark Romans und es geht um die kleine Schwester und den besten Freund von Dante. Okay, deswegen ist es Brothers Best Friend. Older Best Friend und gleichzeitig auch noch Bodyguard. Erster Bodyguard. Bodyguard. I liked it. I really did. The Upside of Falling von Alex Light. Seht ihr das? Ja, wird das Buch auseinander annotiert. Das Buch ist so gut und ebenfalls so ein Highlight, weil es war wirklich so süß. Es war so süß. Es ist normal Robins. Es ist eine Highschool-Geschichte und sie ist so obsessed mit Büchern. Seht ihr das? She's all of us. She's literally all of us. Und der Typ is the basketball, nein, football star. Oh, so gut. Oh, so, so gut. Es hat aber auch sehr viele Trauma-Scenes. Also vor allem so Family-Trauma-Scenes. Keep that in mind. Ich hab's gelebt. Okay. Dom und Becker ist von dieser The Discreet-Series Teil 1. Die kann man alle durcheinander lesen, deswegen werdet ihr durcheinander irgendwelche Teile hier sehen. Schon süß. Es ist eine Novelle. Es ist eine Dark Romans-Novelle. Quarantined? No. N-O. No. Ich will nicht mal darüber reden. Ich halte dich von Yasmin Meier. Der zweite Teil. Der zweite Teil von Ich befreie dich. Ich hab das Gefühl, so ein paar Misscommunications in dem Buch sind, wiederholen sich sehr oft. Jedoch, vor allem nach dem ersten Teil, das sind ein paar Sachen. Ich denke mir die ganze Zeit nur so, redet einfach. Redet! Redet mit ihr! Aber ihr redet nicht. Oder sie auch nicht. Und dann kommt es zu Misscommunications. Aber er war trotzdem gut. Vor allem kommt jetzt auch das dritte Buch raus. Und ich hab mitbekommen, dass anscheinend das dritte Buch so, so lang geworden wäre, dass die einfach ein viertes Buch noch raushaut. Das war auch ein Buch, das ich gelesen hab. Barren Dreams. Never After Series. Love. Kane, Ava. Love. Die Serie ist süß. Forget Me Someday. Eine deutsche Romance-Geschichte. Ist das Enemies to Lovers? War es Enemies to Lovers? Ich glaube schon. Ähm. Ich fand's sehr gut. Es geht um ein Mädchen, das den Tod eines YouTubers herausfinden möchte. Irgendwie so. Ich hoffe, ich sag das alles richtig. Ähm. Ich fand's sehr süß. Ich fand's wirklich süß. Ja. Weiter geht's mit Distance von Luna Mason und das ist die Beneath the Mask Series. Teil 1. Ähm. Dark Romance. Er ist Boxer. Secret Identity die hat auch was mit der Mafia und so zu tun und sie ist Erzieherin. Was that it? Ich glaube, es war Erzieherin. Ähm. I love her. I love her. Sie verfällt einfach in seine, sie fällt einfach in seine Fittiche, ne? Das ist so gut gewesen. Dann. Fear the Reapers ist Teil 1 von Jessa Hollywell. Ähm. Reverse Harem. Ähm. Sie geht statt ihrer Schwester zu diesen Reapers als Bargain, weil der Vater einfach keine guten Dinge getan hat. Okay? Okay. Weiter geht's mit dem September und im September habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bücher gelesen. Und angefangen hat der Monat, wenn ich das alles richtig eingetragen habe bei Goodreads, mit His Savior von J.C. Böbel. Das ist eine englische Dark-Rombs-Geschichte mit verfeindeten, verfeindeten Mafias. Ähm. Und es war sehr gut, es war wirklich sehr gut, aber wie ihr sehen könnt, ist das Buch, ähm, echt lang. Ähm. Und damit habe ich auch wirklich sehr oft das Gefühl gehabt, dass so echt Spannung verloren geht. Ähm. Und dass gewisse Szenen einfach so, so weit ausgebaut wurden, ne? Ähm. Das ist für mich zum Beispiel auch schon so ein bisschen zu viel. war tatsächlich, Freunde. Auf jeden Fall ging es weiter mit zwei Büchern von, ähm, Bianca Mow. Das erste war Secrets and Seduction. Ähm. Ebenfalls Englisch. Und Teacher Student. Es ist, ähm, es ist a dark university, so. Es ist, es ist Dark Akademie, weiß ich gar nicht. Es ist Creepy Boarding School. Ähm. Und es ist auch ein bisschen Supernatural, würde ich sagen. so, dann Wicked Mind ist eine Age Gap, ähm, ein Age Gap Romance Buch. Ja, das war's. Es ist ein Age Gap Romance Buch. Ähm. Es ist kein Dark, es ist kein Morally Gray, es ist Spicy und es ist Forbidden Love, weil es ist der beste Freund von ihrem Vater. Ja. Unbroken. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Age Gap Buch. Ähm. Und da geht's um den Vater von ihrem Freund. Von ihrem Boyfriend. Ja. Es war gut, aber hätte man auch ein bisschen irgendwie... Das war zum Beispiel ausbaufähiger. Dann, Freunde, ging's weiter mit Suicide Circus von Michelle Tate. Dieses Buch, ähm, es ist, es ist auf Deutsch, es ist crazy. Es ist so psychotic und crazy und jetzt bald kommt der zweite Teil raus und ich bin so gespannt bei der Cliffhanger. Also es ist wirklich... Ach. Michelle Tate hat's echt mit ihren Cliffhanger und das Buch. Dark Romance. Ich bin immer noch... Ich bin so schockt, was passiert. Ich bin so gespannt, was weiter, also jetzt im zweiten Teil, passieren wird, weil sie, das Mädchen, deserved better. Dann hab ich tatsächlich mein erstes Halloween-Buch gelesen im September und das ist Scream for Us von Molly Doyle. Freunde, erstens das Cover ist so schön Halloweeny. Ich liebe Halloween und Herbst und I just love it. Und das Buch war sehr, sehr gut. Die Novelle ist der Prequel von Bloodshed, was auch noch kommt im nächsten Monat. I loved it. I loved it. Es ist Reverse Harem, es ist Masked Man, es ist Halloween Party, es ist everything I needed and I wanted. Dann hab ich Sweet Cruelty von Zoe Blake gelesen. Das Cover? No. No. Es ist Professor Student, I don't know, aber es ist halt schon so in der Art und ausgefährlich und I don't know. I don't know. Es war süß, aber It's nothing special. It's nothing special. Das ist very special. Das ist Scogged Dynasty von Caroline Wahl. Yes, auch von Caroline Wahl. So gut. So, so, so gut. So gut. Es ist auf Deutsch und die Geschichte wenn ihr auf Deutsch lest und Romance you have to. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, what are you doing? Actually, what are you doing? Das Ding ist, in dem Buch geht es um Nora und Xander und Xander kommt zu Nora er ist eigentlich er ist ein Milliardär, okay, ist ein Millionär, ein Billardär, okay, er hat ein ganzes Dings Empire hinter sich und er ist das Luxusleben gewöhnt. Nora aber nicht, ne, also sie ist wirklich, sie ist in der Wildnis und führt so ein Trekking-Tour durch die Wildnis halt und er kommt zu ihr, weil er untertauchen muss. Und da fängt es an. Da fängt es an zwischen den beiden. It's so good, weil es auch irgendwie in der Art so ein bisschen forbidden ist, weil sie verbietet es sich selber mit jemandem aus der Trekking-Tour was anzufangen. Auch so süß. Also, nicht süß, aber schon süß. Und er nur zerstört das Ganze. Okay, weiter geht's mit dem Oktober und all meinen Halloween-Ring. Au! Sorry. Weil im Oktober es auch eine Menge Bücher waren, die kommen. Wow! Das ist alles der Oktober. War Oktober mein bester Monat? Ich muss zählen. Oh no, Ghost! Oh no! Jetzt habe ich glaube ich damit, dass die Bücher runtergefallen sind, wahrscheinlich die ganze Reihen kaputt gemacht. Aber ist ja auch egal. Ist ja Oktober. Ghost! Ghost, eine Reverse Harem, das ist Halloween Boys. Ghost Halloween Boys von Cat Blackthorn. Ist eine Reverse Harem-Geschichte. Supernatural. Ist das ein Fluch auf der gesamten Stadt und so? Die müssen den Fluch lösen? Ich weiß es nicht. Das ist eine herbstliche Romance-Geschichte und zwar ist das Fall Into You von Caroline Frank. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Es ist Brothers Best Friends Best Best Friend und kein Buch. Kein Buch hat mir so Herbstweibs gegeben wie dieses Buch. There are pumpkin patches. There are Halloween parties. There are Thanksgiving dinners. Okay? There are carving pumpkins. Everything is going on in this book. Und es ist forbidden. Es ist spicy. Und es ist so, 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 so gut. Und es ist so, so, so schön. Ich liebe es. Okay. Dann habe ich No Place to Hide lesen. Das ist eine Dark Romans-Dovelle. Es gibt eine Menge diesen Monat. Also im Monat Oktober. Sehr gut. Die Spiele fangen auf auf eine Halloween-Färe. Fair. Whatever. So Kirmes halt. The things that they're doing. Der Typ is psycho. Dann habe ich Teil 2 von Spiegel in Spiegel gelesen. Und auch dieses würde ich sagen ehrlich Jahreshighlight. Also wie es fortgesetzt wurde. Crazy. Habe ich geheult? Ja. Liebe ich es trotzdem? Ja. Okay. Dann habe ich Tricked in Oktober gelesen. Das ist ebenfalls ein Buch, das ich gar nicht mochte diesen Monat. äh, also dieses letztes Jahr. Ähm, weil mehr als einfach mehr, es ist, es ist mhm, mhm, mhm. Muss nicht sein. Weil es ist Best Friends to Lovers. She lost her husband. Something like that. Oder es ist Erzählersicht. Muss man nicht machen. Dann habe ich Unexpected Halloween gelesen. Geil. Dark Romans Novelle. Gry. Just that. Okay, ich liebe Halloween und die ganzen Bücher, die ich gelesen habe bezüglich, ähm, also zu Halloween. Oh, just so good. Dann habe ich A Princess Stolen von Mila Olsen. Das ist eine deutsche Dark Romans Geschichte. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das erste Buch ist nicht wirklich dark. Also, she gets kidnapped von den Feinden ihres Vaters. Ähm, und well, es ist, nein, ich finde nicht, dass das erste Buch wirklich dark Romans ist. Das zweite Buch hingegen, ja, das zweite Buch war crazy. Das erste, Princess Stolen, es war krank. Es war wirklich richtig krass gut und es war richtig addicting. Also, es war wirklich richtig, richtig addicting. Ich habe nicht aufhören können, das Buch zu lesen. Ähm, aber das zweite hat mich ehrlich gebrochen. Dann, Freunde, habe ich Oh, Nightfall gelesen von Pansod B. Douglas und das ist der vierte Teil und das vierte komplette Buch der Devil's Night Series. Und die habe ich natürlich gelesen, an, vor, inmitten, Devil's Night. Ich liebe diese Reihe so, so sehr. Und ich habe tatsächlich die Devil's Night Serie über das gesamte Jahr 2023 gelesen und das Buch an Devil's Night hat anders gehittet. Er liegt einfach anders und ich liebe, es ist die Geschichte über Will und all das zu erfahren, wo er ist, wo er war, nach Conclave. So, so krass gut und Emery, die Protagonistin, mein Herz, mein Herz. Ich wusste ja eigentlich schon von Anfang an, also von Anfang der Serie, irgendwie, dass bestimmt Will und Emery mein Lieblingspaar werden. They were. they're really, really weird. I love them. I love them. Um, ich bin traurig, weil jetzt ist die Serie vorbei. Literally finish it. Ich kann nicht. eine weitere Halloween-Novelle ist auf jeden Fall Carving for Cara und der Titel, es ist buchstäblich Carving for Cara und nicht Carving Pumpkins. literally shocked about what this book had. Dann habe ich When She Unravels gelesen, ne, von Gabriel Sands. Das ist eine Dark Romans Mafia Geschichte, die es auch auf Deutsch gibt. Und ich fand es richtig gut. Ich weiß, es sind verfeindete Mafias und, well, sie trifft auf ihn einfach nur, weil eigentlich sie flieht, um ihrem alten Leben zu entfliehen und rennt halt direkt ihm in die Arme und kommt halt direkt in alte Kreise sozusagen. The Headless Horseman. Ich bin so disappointed, dass es so kurz ist, diese Geschichte, weil dieses Buch, die Geschichte, hat so unglaublich viel Potenzial. So unglaublich viel Potenzial und ich habe es geliebt für 20 Seiten oder so. Leute, ich bin immer noch echt, das ist auch richtig cool irgendwie das Cover, finde ich richtig auch so Halloweeny, ich wünschte, die hätten das richtig ausgebaut. Dann habe ich Hours for Halloween gelesen, auch süß, auch cool, eine Halloween-Novelle, Reverse Horror. Habe ich Bloodshed gelesen und Bloodshed ist the Sequel von Scream for Us. Ich liebe es. Ich fand es so gut. Masks, Monsters, sie ist, ich weiß nicht, zu erfahren, wer sie wirklich ist, ist so, so cool. Das war so, so cool. Just reverse harems, everything, everything. Dann habe ich Aria gelesen von Mila Paris. Das ist eine deutsche, romantic, ein deutsches romantic thrill-Buch. und das war es auch. Es war sehr thrilling. Es ist aus der Erzählersicht geschrieben, aber genau das war auch das Wichtige tatsächlich, dass es aus der Erzählersicht geschrieben ist, damit man wirklich von oben sozusagen schauen kann. Damit man sich nicht in die Haut einer der Protagonisten versetzt. ich fand es richtig, ich fand es richtig, richtig gut, Leute. Ich fand es, es blew my mind, literally. Das letzte Buch im Oktober war ein weiteres Halloween-Buch und das ist my favorite Jack O'Lantern. Seht ihr das Cover? Es ist so süß, es ist spicy. Und er ist an Army-Guy und she is a Halloween-obsessed girl. All year around. Und nicht nur am Oktober, sondern wirklich das gesamte Jahr über. Es ist so Halloween-obsessed. And he falls for it. Es ist so gut gewesen. Dann, Freunde, kommen wir zum November. Mein November hat begonnen mit Kings of Vegas. Das ist eine deutsche Dark Romance Reverse Harm-Reihe, also Dialogie. Obwohl es ein bisschen anders Reverse Harm ist. Also es ist nicht wirklich... Es ist Reverse Harm, aber nie ein bisschen anders. Der erste Teil. Ich finde, es hat unglaublich gut begonnen. Wirklich richtig gut, weil sie wird gekidnappt und in das Reich von Zeus gebracht. Also ein Typ nennt sich Zeus. Ist der Haupttyp. Und taken as bargain und er will sie halt einfach behalten. Okay, ne? Also er will sie behalten. Weil ihr damaliger Freund scheiße gebaut hat bei Zeus. Und deswegen dachte ich, ich bestrafe diesen Typen und nehme sie mit. Aber sie hat ihn eigentlich gar nicht so groß gejuckt, ne? Eigentlich. Und sie fand es halt unglaublich von ihrem damaligen Boy kacke halt einfach. Gar nicht gut von ihm. Natürlich nicht. Und hat dann auch mit Zeus so Deals ausgehandelt und so. Natürlich. Und in dem Buch war das alles richtig gut gemacht, okay? Weil sie ist halt auch ihm halt auch einfach nicht gehörig, ne? Also er ist der King sozusagen von Las Vegas. Und sie tut ihm nicht zuhören, ne? Sie ist... She's like... You better go! Who are you to tell me anything? Und das bringt halt echt eine Menge Ärger mit sich, okay? Für alle beide. Für sie und für ihn. Und dann auch noch für seinen Bruder. Ich fand's gut. Ich fand's richtig... Also den ersten wirklich gut. Und war danach wirklich sehr gespannt auf das zweite Buch. Das habe ich im Dezember by the way gelesen. Dann habe ich The Brothers Heartland gelesen. Das ist ein... Das ist nicht der vierte Teil, würde ich sagen. Es ist schon so Spin-Off. zu Jameson und Grayson von The Inheritance Games. Und wie ihr alle bestimmt wisst, habe ich The Inheritance Games unglaublich geliebt. The Inheritance Games ist mit Abstand eine Reihe, die mit absolut nichts und wirklich absolut gar nichts zu vergleichen ist. Und ich finde, man sollte das ehrlich gelesen haben, weil die ganzen Puzzles und Tricks und everything that's going on is literally insanity. Weil es ist a whole mystery. Das Buch... Oh no! Ich glaube, es funktioniert wieder alles. Und wir sind zurück. So. The Brothers Heartthrone. Ich fand es sehr gut. Ich meine, es ist immer noch die Inheritance Games Reihe, Ich fand es nur noch sehr, sehr schade, dass es aus der Erzählersicht geschrieben wurde, weil die Inheritance Games Reihe, also die drei Bücher, die wurden ja aus der Sicht von Avery geschrieben und man hat sich so dran gewöhnt. Man hat es so lieben gelernt und dass es halt in dem Teil jetzt nicht so ist. Oder halt auch nicht so von einem der Jungs oder halt auch vielleicht auch Wechsel, bis ich meine narrativ wurde. Sehr schade. Anlässlich, dass wir nicht sehen von Anthony Doer habe ich auch gelesen. Ähm, das ist zu der Serie, also zu der gleichnamigen Serie auf Netflix so. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut und ich fand es unglaublich, wie von dem Buch, also die Serie, die Schauspieler, das Szenenbild, einfach alles, gemacht wurde, so perfekt zum Buch. und es war einfach eine unglaubliche Verfilmung und ich habe das Buch sowie die Serie Just Chef's Kiss. Ich habe Iron Flame natürlich im November auch gelesen, das ist nämlich am 7. November auf Englisch, ich würde schon Deutsch sagen, auf Englisch erschienen und am 1. Dezember auf Deutsch. Ich glaube, ihr habt mein, ähm, Reading Vlog vielleicht schon gesehen, da habe ich ausführlich über dieses Buch geredet. Und ich bin immer noch buff. Okay? Immer noch. I don't wanna talk about it. Hunt von Daphne Bühner. Also von Alea Villen. Sorry. Alea ist Daphne Bühner. Ähm, ist eine Halloween-Novelle, aber man kann es auch so lesen, Leute, ist eine Dark-Romans-Novelle mit schwarzen Seiten. Mit schwarzen Seiten. Es war so gut. Es geht auch um eine Halloween-Fair. Ähm, also eine Halloween-Kirmes. Ich habe es sehr gemocht. Ich habe auch Never Forget gelesen. Das ist der zweite Teil von Never Regret. Äh, von Karen Gosser von Daphne Bühner. Ich fand den ersten Teil besser. In dem, ähm, Teil, ähm, ich weiß nicht, gab es so ein paar Sachen, die mir einfach so trope-wise nicht so gelegen haben. Die ich einfach nicht so sehr mag. Deswegen, ja. Beautiful Savage habe ich gelesen, um mich so ein bisschen in die Winterstimmung zu bringen, zu bringen, weil es geht in dem Buch nämlich um ein Mädchen, das, äh, von einem Mountain-Man, im kompletten Schnee gefunden wird, okay? Und I loved it. I loved it. Okay? Es hat so viele Geheimnisse und der Typ ist auch nicht wehr, also nicht auch der Typ, der erscheint zu sein, so in a way, und sie auch nicht, weil er rettet sie vor unglaublich dangerous men. Beautiful Savage. I really liked it. Und ich habe es, obwohl es so dick war, echt so schnell durchgelesen, weil es einfach richtig addicting war. This book, this book almost broke me. Das ist A Girl Unbroken, der zweiteil von A Princess Stolen, Romantic Thrill und Dark, Morally Dark Grey, Morally Grey Dark Romance Elemente, so. This book broke me. Break it, break it, it's fine, break it. Es war eine unglaublich gute Fortsetzung und auch ein unglaublich gutes Ende der Geschichte und der beiden, wirklich, weil man ahnt halt schon so ein bisschen am Anfang der Geschichte, wer der Antagonist sein wird, muss ich ehrlich sagen, aber wie es trotzdem umgesetzt wurde, war krass, krass gut. Kommen wir jetzt jedoch direkt zum Dezember, Freunde, und im Dezember waren es auch ein paar Bücher und vor allem auch natürlich Christmas Bücher. Mai im Monat angefangen mit einem Buch von Umbroke und so fucking unleashed. Ich habe über dieses Buch auch, also ich habe über größtenteils eigentlich, glaube ich, alle Bücher Rezensionen auf TikTok hochgeladen und in dem Buch, Leute, ist es wirklich psycho. Es ist Dark Romans auf Deutsch, wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Wenn nicht, dann jetzt. Es ist richtig, richtig psycho und es scheint irgendwie alles nicht so zu sein, wie es anfangs ist. Es war verrückt, okay, es war richtig verrückt. Ich war auch teils bei so ein paar Szenen ein bisschen verwirrt, aber im Endeffekt sehr, sehr gut. Ein weiteres Buch, das ich gelesen habe, also nach dem Buch ging es weiter mit Christmas-Büchern und zwar Christmas on the 13th Floor. Das ist eine, es ist nicht Dark Romans, aber es ist eine Spicy Romans-Geschichte und zwar über einen Boss und seine Sekretärin beziehungsweise Assistentin und es geht um eine Christmas-Party und der Typ ist halt wirklich einfach The Grinch, okay, er kann Weihnachten absolut nicht ab und sie ist halt jemand, die wackelt Weihnachten halt einfach und vor allem provozieren die beiden sich unglaublich gerne und sehr, sehr oft und that brings a lot of heat and a lot of tension, okay, a lot of tension. Jetzt, Freunde, kann ich wirklich offiziell sagen, dass ich die Devil's Night Serie komplett bandet habe und zwar mit Fire, Fire Night. Freunde, dieses Buch ist die letzte Novelle der Devil's Night Serie und es geht um deren Weihnachten und in dem Buch und in der Novelle, wie gesagt, besser gesagt Novelle, so, geht es um die Kinder der Devil's Night Charaktere und ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Ich hatte auch ein paar Tränen manchmal im Auge und wie gesagt, nach dem Buch hatte ich wirklich das Gefühl, also nach Nightfall sowieso, aber nach dem war ich noch mehr so, da kommt safe, ein Spin-off. Safe. All We Want ist ebenfalls eine Christmas-Novelle auf Englisch. Es ist Reverse Harem, aber ich würde sagen, es hat eigentlich so gut wie gar nichts mit Christmas zu tun. Es ist Reverse Harem und sie hat den Typen was gestohlen und sie kommen ihr hinterher und well, alles nimmt seinen Weg. Ryan Christmas. Das ist eine Novelle der Ryan Rule als der New York Ruthless Reihe, die ich so geliebt habe letztes Jahr. Es ist so komisch, es ist immer noch so komisch letztes Jahr zu sagen, aber für mich war das so vor kurzem alles. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Ich habe es gelebt. Vor allem die Charaktere nochmal zu sehen, vor allem mit deren Kindern und dann der gesamten Weihnachtszeit. So, so süß. Vor allem hatte das Buch auch so ein paar Twister, so ein paar, bisschen so Tiefe. Richtig krass. In Mitten der Nacht von Roman Alam war mein zweiter Thriller. Ich weiß nicht, auch so, es ist apokalyptischer Thriller. Und das, also zu dem Buch gibt es auch eine Netflix-Serie, äh, nein, ein Film, ein Netflix, nein, Serie? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Netflix, Film oder Serie. Ich habe das auch gesehen und Leute, Film, Leute, es war ein Film. Excuse me. Nach diesem Buch und nach dem Film habe ich mein ganzes Leben nochmal dreimal überdacht, ne, alles, alles, was ich tue. White Christmas war eines der besten Weihnachtsbücher, das ich bis jetzt gelesen habe. Das ist von Rihanna Burwell, seine Spice-Novelle und es ist enemies to lovers, es ist one bad only und die kennen sich seit Kindesalter und es ist einfach perfekt gewesen, ich habe es geliebt. Um, Merry fucking Christmas von Yasmin Meier ist eine deutsche Novelle und es geht um den besten, nein, um den Bruder ihrer besten Freundin, älteren Bruder und wie er eigentlich schon sehr lange obsessed mit ihr ist. Okay, und er ist so, er ist so hilfsbereit und so caring und just, ach, I just really liked it. Es ist so ein gesamtes, also spielt in einem Skigebiet und so, in so einer Skihütte, richtig, richtig gut. Dann habe ich Feels Like Christmas, by the way, ich weiß gar nicht, warum ich so viel über diese Weihnachtsbücher erzähle, weil ich habe ausführlich über alle meine Weihnachtsbücher auf TikTok geredet, aber, well, hier einfach nochmal. Wenn ihr das nicht sehen wollt, überspringt einfach alles. Auf jeden Fall habe ich das Buch hauptsächlich wegen dem Teil von Caroline Barth, also wegen dem Teil der Villeichtreihe gelesen, weil das Christmas, ein Christmas Special zu der Villeichtreihe war und die Charaktere nochmal komplett in der Weihnachtszeit und Neujahr und so zu sehen war. Ich, Caroline Barth kann so gut schreiben, vor allem so diese Nostalgie der Charaktere nochmal zu haben. So, ich weiß nicht, was waren das? Sieben Monate später oder so? I love it. Also, nachdem ich die Villeichtreihe gelesen habe. Waren das sieben Monate? Vielleicht sogar mehr. Bin mir gar nicht sicher. Nein. I didn't like it. It happened on a Christmas Eve. Ich hab's nicht gemacht. That's all I'm gonna say. Dieses Buch hab ich sehr gemacht. Das ist, oh, The Midnight Library heißt das Buch von Chloe Lees. Ich weiß sie, es hat mir einen so krassen Christmas-Vibe gegeben. Es spielt, also spielt alles in der Bibliothek, also in der Library. Nein, Bücherei. Buchhandlung. Jessie, also. Und die beiden sind eigentlich Kollegen, aber irgendwann werden die dazu Rivalen, weil die einen, nicht Deal, aber sozusagen eine Wette schließen, wer am meisten Bücher verkaufen kann, damit die halt in diesem Laden bleiben, weil der Laden langsam bankrott geht. Wie die dem ganzen entkommen, wie die beiden sich näher kommen, ne, und diese Hintergrundgeschichte, die abläuft. So good. Dann, Freunde, habe ich This Season for Revenge gelesen. Es ist, well, ein Weltbuch, was mit Rache zu tun hat und sie hat mit ihrem Ex-Freund Schluss gemacht und fängt dann was mit dem Boss an, um ihn einversichtlich zu machen und halt so zu zeigen, was er verpasst und so. War gut. Ich fand's ehrlich gut. Ähm, und ich fand das Ende auch toll. Ich fand das Ende wirklich sehr, sehr toll. Dann, hab ich Bella Donna gelesen. Weil man hat mir keiner gesagt, dass das Buch so krass ist. Es ist Fantasy, es ist Dark, es ist düster, es hat mit Death zu tun. Okay. Okay. euch von ganzem, ganzem Herzen so empfehle, Leute, ich fand's richtig. Es hat mich auch richtig gecatcht, es hat mich krass gecatcht und ich konnte ehrlich nicht aufhören, das Buch zu lesen, obwohl es einfach Erzählersicht ist, okay? Ich weiß, sobald man sagt, ein Buch hat Erzählersicht, so viele Leute schalten direkt ab und blocken einfach ab, das Buch komplett ab. So, ich wusste nicht mal, dass das Buch Erzählersicht ist, okay? Deswegen, als es angekommen ist, als ich es angefangen habe, war ich so überrascht, dass es so gut ist und so mich gecatcht hat, Freunde, ich fand's krass. Dann war ich ein bisschen Ende Dezember echt gut krank und hab die beiden Bücher durchgelesen. Ich hab die mir zu Weihnachten gewünscht gehabt und auch bekommen und ich wollte eigentlich nur auctioned by the pack und nicht stolen. Es hieß aber laut Internet, laut TikTok, man soll den ersten Teil auch kaufen und lesen. Natürlich, die Mascha um Bücher zu kaufen, ich sag euch ehrlich, braucht ihr nicht, braucht ihr absolut nicht. Ich habe so viele Passagen auf TikTok gesehen bezüglich diesem Buch hier und dachte mir, okay, diese Szenen hören sich richtig, richtig gut an. Ich möchte jetzt lesen und wissen, worum es geht. Und es ist so ein bisschen Fantasy, es geht um Werwölfe, Alphas, Betas, Omegas und so. Und man hätte das Buch auch komplett ohne den ersten Teil kapieren können. Also es sind, in den ersten paar Seiten stehen alle Begriffe und alles, was erzählt wird, so richtig gut detailliert beschrieben da als Erklärung. Das heißt, man hätte das Stolen by the Pack, also den ersten Teil, gar nicht gebraucht. Und ich sag euch ehrlich, ich fand es auch ehrlich nicht so gut. Für den ersten Teil einer Reihe fand ich das Buch sehr schwach, wirklich sehr schwach. Das letzte Buch, war das das letzte Buch? Ich bin wahrscheinlich mit durcheinander gekommen bei den Büchern, in welcher Reihenfolge ich die gelesen habe. Auf jeden Fall war es Kings of Vegas 2. In dem Buch, also der erste hat mir richtig gut gefallen. Der zweite hatte ich wirklich das Gefühl, hat es noch ein bisschen nachgelassen, vor allem weil so den ersten Teil des Buches hatte ich das Gefühl, okay, es ist wirklich sehr eine Wiederholung vom ersten Buch. Ich habe das Gefühl, es hat sich nichts geändert in den ersten 150 Seiten ungefähr, weil es jetzt alles wiederholt, wiederholt, Misscommunications oder nicht mal wirklich Misscommunications, sondern wirklich halt dieses so, die besprechen was und gehen halt halt direkt in andere Richtung machen, direkt das, beide, alle beide das direkte, komplette Gegenteil und dann wundern die sich, warum nicht miteinander klarkommen und dann wundert sich halt auch das Mädchen, warum sie so oft halt, ich sage, bestraft wird, wisst ihr was ich meine? Weil, duh, why you doing what you doing? Aber ja, am Ende hat man sich denken können, was am Ende passiert. Ja, war es trotzdem schön zu sehen, dass die so happy sind? Natürlich. Ich sage euch ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, mir mein, also nach dem Abfilmen dieses Videos das gesamte Videomaterial einmal anzugucken, weil ich glaube, das ist sehr lang. Ich glaube, im Endeffekt wird auch dieses Video wirklich sehr, sehr langweilend. Wie denn auch nicht? Sind wir uns mal, sind wir uns mal ganz kurz ehrlich? Wie denn auch nicht? Ich habe so viele Bücher gelesen und damit so unglaublich viele, richtig krass gute Bücher. Wie kann ich nicht gefühlt zehn Stunden über die? Ich habe das Gefühl, auch noch Leute, ich habe nicht genug darüber geredet. Es gibt Bücher, es gibt Reihen, die hier drinnen, also ihr wollt gar nicht wissen, was vor mir gerade abgeht. Ihr seht so ein bisschen, es ist sehr viel. Als hätte ich nicht genug über diese Reihen geredet. Aber Freunde, ich würde sagen, es ist genug für dieses Video. Das sind auf jeden Fall die 138 Bücher laut Goodreads. Laut meinen, ich weiß nicht, wie gut man sich auf mich verlassen kann, was Goodreads-Einträge angeht. Aber ich glaube schon, dass ich ein paar Bücher vergessen habe. Deswegen, ich glaube, ich habe mehr oder ich habe mehr. Ist egal, Leute. Es sind auf jeden Fall, es war ein unglaubliches Jahr. Es war wirklich ein unglaubliches Jahr. Also wirklich, was alles angeht, nicht nur die Bücher. Leute, ich kann euch wirklich allen nur von ganzem, ganzem Herzen danken. Wirklich für absolut alles, weil ihr seid und wart der absolut größte Teil des Jahres 2023. und ich kann euch wirklich nur meine komplette Dankbarkeit einmal so... Ich wünsche, ich könnte jeden Einzelnen von euch so, so krass knuddeln, weil I just love you guys so, so much. Schreibt ihr mir auf jeden Fall gerne weitere Video-Wünsche in die Kommentare auf alle. Bücher für den nächsten Reading Vlogs, was ich gesehen habe bei dem Iron Flame Vlog, ihr wollt alle Reading Vlogs. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare was. Ich glaube, A-Katar ist Nummer 1. Ich glaube, A-Katar ist wirklich Nummer 1. Deswegen mal sehen, wann ich dazu komme. Ich bin wirklich sehr, sehr weit, weil ich bin auch richtig gespannt. Ich bin auf jeden Fall done. Ich bin richtig done. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche frisch wieder hier auf YouTube. Und damit I love you.